Ja, das war Afrisch für Hallöchen und Leute, willkommen zurück zur 20. Folge von meinem Let's Play von Donkey Kong Country 2, Diddy's Conquest und natürlich wie immer Blind. Ja, das war voll der dumme Part anfang, den ich mir irgendwie überlegt habe. Ja, entschuldige das. So, wir machen dann eine Schmukhalle. Im letzten Part war ich da und wir sind jetzt übrigens live wieder kommentiert, das ist wunderschön. Ach stimmt, hier war ja gleich Action. Oh mein Gott, hier war gleich Action, stimmt. Alter, musst du ja nicht so ausrasten, oder? Und hier gibt es da erstmal einen Speed-Schub und ich bin schon wieder dumm und spring gleich wieder rein und bin gleich mal instant tot. Das ist natürlich ein furioser Part, so wie man ihn sich wünscht, wenn man mehr Fails sehen möchte. Ja, ich hoffe, euch hat im letzten Part das nicht gestellt, dass da irgendwie nicht live kommentiert wurde. Heps. Achso, stimmt, wir sind untergefallen. Und deswegen ist Diddy noch im Säketsch-Packetsch dabei. So, Heps. Alter, ich versuch's jedes Mal, aber... Alter. Please. Wieso geil das nicht? So, komm ich schon wieder? Bust du knapp durch? Ja, offenbar schon. So, jetzt bremsen und dann früh springen. Und rein da. Ja, endlich hat's mal geklappt. Schön, das find ich gut. Finde die Münze. So, dann show me what you've got. Oh mein Gott, was muss ich hier tun? Das heiße ich nicht. Ich springe wie so ein Kloppi. Oh mein Gott, ich hab Angst. Ich muss verspringen wie so ein Held. Oh mein Gott, was geht denn hier ab? Alter Scheiße, Mann. Ich hab hier echt Angst, dass ich hier abkratze. Alter Schwede. 52. Münze ist in unserem Säketsch-Packetsch gespeichert. Und hier geht's gleich mal weiter und... Oh, holy shit. Okay, jetzt so Vollspeed, Leute. Ich muss ja vor dem Typ hier wieder abhauen. Oh. Okay. Das war voll fies irgendwie. Okay, rüber springen. Ich hab das G, Leute. Zeit. Voll fies. Okay, Leute. Ich hab's aber geschafft, offenbar. Oh. Hä? Hä? Okay, ich hab's geschafft. Oh, das ist doch ordentlich. Ist jetzt hin? Das könnte man da hin? Was sieht das nur... Äh! Was zum Teufel! Alter, wie fies! Wie kackendreist ist das denn? Ich dachte immer so, geht's da unten rein? Und ich wollte eigentlich gar nicht... Ich wollte eigentlich gar nicht da rein. Ich dachte, guckst du bloß so? Ich wollte einfach nur so links und wieder zurückgehen. Und bin dabei runtergestischt und hab dann nach links gedrückt. Was zum Teufel? Da war eine DK-Münze versteckt. Cooles Versteck übrigens, aber ein bisschen fies, finde ich. Na, ist jeden Tag scheiße? Nö. Okay. Außerweise mal nicht. So, ich sag, wir holen uns einen extra Live-Können, wenn wir nämlich den Link gebrauchen. Eins, zwei, drei. Haps! Knacks! Yeah! Zeit für meinen offenen Web! Ich hol den Munkenkoffer! Yeah! Gib mir das! Gii! Dede... Ich muss da jetzt mal mitmachen. So, Leute. Wir kommen in das nächste Level mit dem Namen Sturmwald. Ach du Scheiße. Hört sich ja nicht so obergemütlich an. Oh, geil. Es hört sich doch toll an. Das ist doch die Musik. queik... Oh mein Gott, ne Schlange oder ein Spermium. Ihr habt euch übrigens auch aufgeregt, dass ihr die Assoziation im letzten Part gebracht habt. Tut mir leid, Leute. So bin ich halt, das tut mir leid. Hey, Radli, oder wie er heißt. Ich hab die Schlange und die springt. Wirklich, wirklich gut, das hilft mir bestimmt. Dil, 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 dil. Oh mein Gott, was geht denn hier ab? Oh mein Gott, der Wind, der nerft, der nervt mich schon. Jetzt, äh, Mann, ich komm kaum nach vorn. Ach du scheiße, springen. Och du Kacke, Alter. Das ist ja mal voll fies. Manchmal wird man gebremst und manchmal nicht. Okay, man kann rausspringen. Hams. Ich bringe euch alle um. Du, dil, 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 dil. Wow, shit. Alter. Ich bin in die Luft gesprungen. Oh, ma, oh, ma. Das war mal voll gemein. Ach so, kommt noch gar nicht. Did, 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 dil, dil, dil. Bums. Bums. Haps. Okay. Voll gemein. Ich wär fast runtergeflogen und hätt wieder ein Leben verloren. Aber ja, hab ich kaum noch welche und ich kann nicht farmen gehen, bevor Funky kommt. Haps. D, did, 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 did. Die Mook ist richtig genial. Die ist extrem chillig, muss man einfach mal sagen. Und die Location ist einfach super dafür. So, ich hab irgendwie so das dumme Gefühl, dass man hier dazwischen irgendwo mal runterspringen dürften, könnte, sollte, hätte, dürfte, könnte. Das wär so genau typisch Nintendo. Und voll fies. Aber ist mir egal. Ja, ich komm jetzt mal durchs Level durch und dann sagt ihr mir natürlich in eurer Liebenswürzigkeit. Ficken, was war das denn? Ich weiß nicht, wo der Wind kommt. Also weiß ich noch nie, wann es losgeht. Ich wollt grad nur ein bisschen links, ein bisschen auf die Kante und dann losheppern. Und dann kommt plötzlich Wind und ich verrechne mich und dann plötzlich ein bisschen was verreicht und peng, puff tot. Was für ein fieser Scheiß. Das ist doch hier Mist. Da schwitze ich ganz viel Schweiß. Zack, da ist eine große Schlange wieder. Did, 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 did. Did, 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 Did. Oder aber auch nicht. Bams, Bams. Alter, das war voll fies. Alter, wie gemein. Das ist voll unfair. Ich denk so, yeah, ab nach rechts und dann plötzlich nicht, eigentlich nach rechts, aber halt langsam, denkt man. Und dann plötzlich nicht. Und dann pengen in die Fresse, bist du tot. Was zum Teufel? Das war ja mal voll gemein. Okay, jetzt auch mal. Hem de Zapp. Hem de Flap. So, schön aufpassen. Am besten über den Boden hüpfen. Außer bei denen hier. Da muss ich halt kurz mal springen. Oh, das ist... Ja, nicht schlimm. Alter Schwede. Das ist fies. Das ist fies. Und einfach nur... Gemein. Das sollte so nicht sein. So, jetzt sagen wir mal das hier. Thanks. Ich hab... Hier schnell das Kau... Eingesnackt. Oh mein goodness. Das ist total... Gemein. Ich springe mal daneben... Und verschätz mich pausenlos. Das ist nicht schön. Mein Gefühl dreht doch durch, wenn der Wind umdreht. Ich muss aufhören zu singen, aber das Lied singt... Das ist einfach zum Singen gemacht. Da, 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 da. Die Lüge. Gebt mal ja weg. Ernst den Klapp-Traps hier. So, gleich wird's wieder fies, ne? Ja, genau. Oh, wie fies, Alter. Ich bin... Alter, ich stand auf der Kante noch. Drown, 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 drown. Wobei, wir müssen uns jemanden die Schlange holen noch. Ich hätt gern einen Speicherpunkt und hoffe, die Schlange wird mit abgespeichert. Sollte das nicht so sein. I am fucked. I am really hard fucked. Denn heißt das, wir müssen das Level quasi beim ersten Mal so weit schaffen, weil die Schlange ist bestimmt noch für irgendein Secret da. Ich kenn doch Nintendo. Und das heißt, wenn wir die Schlange nach dem Speicherpunkt verlieren und wenn wir tot gehen und die Schlange nicht gespeichert wird, dann sind wir voll am Arsch, weil dann kriegen wir keine neue Schlange mehr. Dann müssten wir quasi das halbe Level zurücklaufen, was schon schwer möglich wird, weil es gibt hier so Sachen, die sind so No-Bag-Moments. Heißt, schieß dich mit dem Fass über eine riesen Schlucht und da kommst du lieber zurück. Und das war wieder schon wieder so ein scheiß Drecksmoment. Das ist doch einfach nur fies und stinkend gemein. Du lili du. Heps. Boings. Ich hab's irgendwie noch geschafft. Bloß wie. Oh my oh. Durch herbein. Einfach durchgejumpt. Ist cool. Ich will keine Zeit verlieren. Denn wir wollen weiterkommen. Wo ist bloß der Savepoint? Das wüsst ich gern. Banks. 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 Ach du Scheiße. Oh Gott. Bonus. Okay, da war's. Ich hab's Bonus, Leute. Finde die Münze. Ach du Scheiße. Nein. Kacke. Boah, das ist aber voll fies. Krieg ich die Schlange wieder? Ja. Nochmal. Please. Bitte. Nochmal. Please. Finde die Münze. So, wisst ihr was, Leute? YOLO. Das war geil, Mann. Das war doppelt. Und trotzdem war das voll geil, Mann. Oh, ich wollte eigentlich bloß den Claptop schnell töten. Also, Leute, dann machen wir das halt nochmal. Das war echt cool. YOLO. BAMS. Das ist voll crazy. Das ist echt cool. Ich hab's so einfach durchgejumpt. Und wir kriegen einen Blue Balloon. Nein, wir kriegen nicht keinen Blue Balloon. Das Spiel mich trollen will. Oh, du Kacke. So eine Scheiße. Schnell savepointen. Okay. Ach, du Scheiße. Ach du, holy shit. Da mach ich nicht mit. Der Fette ist nicht mehr fit. So ein blöder Rotz. Okay, jetzt. Hier geht's. Oh, oh. Fuck. You gotta be fucked, bro. Banks. Philip Banks. Voll. Ins Maul. Oh, Kugel. Eine Kugel, Mann. Aber wie komm ich da hoch? Komm schon. Kugel, komm her. Komm, Kugel, komm doch her. Hi. Kugel, kommst du her? Dixie, please. Nein. Dixie, please. Alter, Dixie, please. Hör auf. Dixie, nimm bitte die Kugel. Danke. Und jetzt schmeiß die doch mal endlich mal in die richtige Richtung. Alter, komm. Kann doch nicht so schwer sein, die da raufzukriegen. Was ist denn mit dieser dummen Kugel los? Wisst ihr was? YOLO. Scheiße. Ich glaub, change der jetzt wieder. Change der nach Zeitintervall? Ja, viel zu spät. Jetzt. Und jetzt schnell die hinterher. Und ich hab die Kugel, Mann. Gesichert, yeah. Jetzt kann ich die Kanone suchen. Alter Schwede. Das ist nicht lustig, Leute. Und das ist die Kanonkugel. Geil. Okay. Das ist doch voll cool. Sammel die Sterne. Sammel die Sterne. Das krieg ich doch locker hin, oder? Okay. Ach du Scheiße. Das ist ja mal total fies. Wo ist denn das Fass hier hin? Da muss ich doll aufpassen. Sonst bin ich am Arsch. Shit, Mann. Kacke. Das ist voll fies. Komm, schieß mich doch mal ab. Ich will die Sterne. Und das ist voll gut. Eppern mich da mal ganz kurz rein. Nein. Die, die, komm her. Die, die, Mann. Komm her, Mann. Es sind doch bloß noch sieben. Geil. Komm. Komm. Nein. Das ist doch nicht wahr. Das ist nicht wahr. Nein. Das ist nicht wahr. Das ist ein Verfickner mal nicht wahr. Nein. Das ist wahr. Scheiße. Nein. Scheiße, Mann. Ich will die Kugel wieder haben. Ich will die Kugel back. Sonst krieg ich gleich einen Schreck. Alter, ich komm nie wieder zurück hier. Ich komm nie wieder zurück, oder? Ich komm. Doch, ich komm nochmal zurück. Oh, fuck. Nein. Ich bin tot. Oh, das war so gemein. Ich hätte bloß den einen verfickten Dreckstern kriegen müssen, aber die Kontrolls nach dem Fasssprung sind für mich sehr, sehr ungewöhnlich. Oh, Mann. Mann, ich war schon so weit. So ein scheiße Mann. Oh, mein Goodness. Das ist voll gemein. Du kannst doch auch nichts machen, Alter. Ich glaube, das könnte noch so ein wenig... Das ist ja echt... Das ist so wie cool gemacht, aber es ist echt schwierig. Du musst genau wissen, wann du wo was drückst. Und auch mit dem Physik des Game in dem Moment rechnen einfach. Sonst bist du voll gefickt. Im hasten Sinne des Wortes. So, komm her, du. Komm halt doch mal her. Du blöder Arsch. Du bist doch sowieso da. Nein. Ich wollte das nicht. Ich wollte das wirklich nicht. Ich wollte das hier. So, aber ich hab die Kugel. Also scheiße ich drauf. Okay, Leute. Höpa! Okay. Und jetzt... So, jetzt aber Boni-Scheiß, Alter. Ich will den Boni-Scheiß. Sammel die Sterne. Und das mal bitte flott. Mit dem Pott. Äh, Didi, du kannst nicht springen. Du bist doch so ein dummer Arsch. Komm schon, Didi. Geh ins Fass. Und danach spring rum, rum. Ja, spring doch rum. Komm schon, Mann. Sammel die Sterne ein. Alter, ich will den... Alter, ich will den... Alter, ich will die Sterne haben. Hallo. Alter, wie scheiße. Alter, darf ich die Sterne auch mal kriegen? Ja, danke. Okay, danke. Alte Scheiße. Mann, das war ja anstrengend. Höh. Hm, okay. Jetzt geht's wieder los. Das geht bestimmt... Ja, jetzt muss ich bestimmt... Spring, wenn... Höh. Oh Gott. Höh. Okay. Höh. Okay. Und höh. Okay. Oh Gott. Was ist denn da unten? Da ist eine Bananenmünze. Wieso ist da eine Bananenmünze? Da unten ist irgendwas. Darf ich Trial Error Safe Set machen? Ich glaube nicht, ne? Kommt einmal. Hops. Das ist voll fies. Da ist überhaupt nichts. Da soll man von rechts nur rüberspringen. Jetzt hab ich's gecheckt. Okay. Oh. Ficken. Das war dumm. Und das war noch dümmer, weil... Oh, ich komm nicht so weit. Aber nein, ich benutze den Safety, den ich gerade gemacht hab. Nicht, um hier das nochmal zu versuchen. Und ihr seht gerade, ich hab alle Wohni. Das heißt, ich brauch nur noch die scheiße Decay-Münze. Denn bin ich hier durch. Denn bin ich durch wie ein Lurch. Oh mein... Warum wurdest du wieder runtergeschwimmen, Dixi? Dann brauchst du gar nicht so heilen, du dumme Mädchen, du. Och Mann, ich stand doch schon obendrauf. Weil das Schlimme ist... Springen ist das Schlimmste. Dabei ist man am meisten vom Wind beeinflusst. Das heißt, ich kann... Ich wollte jetzt ganz schnell sein, aber es hat ein wenig geklappt. Der hat schon 10 Kilometer vorwegbrochen. Oh, da kommt der Alter. Bang, tuft tot. Oh Mann, ey. So ne Scheiße. Boah, ich hab ein Save-Point. Hey, in der Mitte. Das ist doch was Gutes. So, jetzt komm schon. Komm schon. Alter. Ich komm so gut wie kaum vorwärts. Das ist voll Kacke. Und ich versuche doch immer so zu landen, dass ich nicht in die nächste Kugel reinwashe. Dass ich versuche, zwischen den Kugelintervallen zu landen. Deswegen kann man nicht nur nach vorn drücken. Es geht voll in die Hose. Da passiert nämlich Folgendes. Oh doch, es geht doch. Fail. Oh. Du hast aber schnell gecheckt, dass ich hier bin. Der Wind ist nervig. Ich mag Wind sonst als Element super gerne. Nein, nach links bitte. Ist ja auch immer nicht so eindeutig, das hier zu wissen. Ach du Scheiße. Okay. Ich kann es einfach so machen, wa? Und er ist da unten. Ach, brauche ich ja gar nicht, wa? Habe ich doch schon. Habe ich doch alles gemacht. Weggekracht. Okay. Was? Alter, komm, ich habe die scheiß Kante doch gehabt. Ich war doch schon längst drüben. Also manchmal sind die Böden auch leicht komisch symbolisiert. Das ist mir schon mehrmals passiert. Da dachte ich so, ein bisschen kannst du dich ja noch bewegen an die Kante. Und plötzlich fällst du aber runter und denkst so, äh, wieso bist du runtergefallen? Da war doch noch Boden. So, dich da unten ignoriere ich gerade, wollte ich sagen. Und in dem Mund geht es nicht, weil der Wind mich schon wieder fickt. Und zwar wieder hart, das ist doch voll mies. Der Wind ist echt nervig. Bang. Ich bin die Fresse. Ja, drauf geschissen, hau ab. Gigi kriegt es hin. Gott. Ja, komm, dreh dich. Hier dreht er im Intervall, das merkt man. Links, rechts, links, rechts. So, das ist voll fies hier. Okay. Ist ja ein Decay-Fass. Und da könnte man jetzt wahrscheinlich die Bananenmünze abgrabbeln, aber kein Bock. Oh Gott. Ach, du Scheiße. Okay, komm, dreh dich. Haps. Ach, du Scheiße. Willst du mich verarschen? Nein. Oh. Wie lange sind die Intervalle hier manchmal? Etzer. Bam. Okay. Und bang. Okay, geschafft. Oh, quaff. Hier unten war ja einer, hab ich gar nicht mitgekriegt. Scheiße, jetzt war ich nicht oben. Ist hier irgendwas? Nö. Ach, du Scheiße. Da ist die Decay-Coin. Halt. Ich weiß wie. Wechseln. Und fliegen. Oh shit, das war zu viel des Guten. Alter. Ich raste hier noch tierisch aus, ohne Scheiße. Das ist das Schlimme. Du verschätzt dich so extrem, weil du die gesamte Physik, alles was du die ersten quasi 19 Parts über erlebt hast, wurde alles total gescrewt. Voll von hinten. Und volle Karacho. Das ist doch scheiße. Mann. Doof. Das war's nicht mal als einfach Flug-Action. Krieg doch eh gleich wieder Wind-Boni. Aber jetzt nicht mehr. Na. Oh, Dixi wieder fast, ne? Didi macht du halt lieber. Ja komm, dreh dich Wind. Ja komm schon, dreh dich Wind. Und ganz geschwind. Aber die Musik beruhigt mich. Ja ist mir egal. Häng in die Fresse tot. Schnell ein Fass mitnehmen. Ich hab die Decay-Coin. Alles cool. Okay. Alter Schwede. Quatsch! So einen DK-Coin habe ich jetzt so. Alter! Alter! Ich bin zu weit gesprungen. Ist schon klar. Könnte man ruhig ein bisschen die Landfläche auch größer machen. Wäre echt fair. Wäre super fair. Aber es ist es nicht. Es ist voll unfair. Oh, das ist hart. Ich finde das Level trotzdem cool, aber ich finde es echt hart. Und so ein Stück weit geht man das so ein bisschen auf den Pimmel. Das geht mir auf den Sack und das ist total bekackt. Ja, haut mal ab hier. Haps! Da muss man so aufpassen, ne? Okay. Und haps! Und haps! Und haps! Also ich finde die Idee gut, aber es ist halt einfach... Sowas hätte man am Anfang bringen müssen. Wo man noch nicht so... Da ist man noch nicht so eingefahren in die Steuerung. Und hat vielleicht noch nicht so ein Problem damit, wenn sie dann plötzlich total über den Haufen geworfen wird. Das ist echt das Gemeine, oder? Oh, komm, dreh dich! Dreh dich, Wind! Haps! Ich habe das Gefühl, an der Stelle dreht er immer, wenn die Biene unten ist. Die Windrichtung. Das ist natürlich Luxus pur. Wisst ihr was? Ich mache das jetzt echt mit Dixi. Ich flieg rüber. Ist mir sicherer. Okay. Ich weiß nicht, soll ich springen, wenn der Wind weg ist? Oh, Mann! Scheiße! Soll ich aber springen, wenn der Wind ist und einfach versuchen durchzufliegen? Leute, ich weiß, der Part ist eigentlich schon vorbei. Aber ich würde das ja nicht gern schaffen, ne? Das wäre voll schön. Das wird mich doch sehr... Was war das denn? Da hat mich der Wind schon wieder weggezogen. Ich wollte gar nicht so stark springen. Mann, oh! Das ist echt eine harte Nummer hier. Das ist echt eine harte Sache. Aber it's not over yet. Es ist nicht vorbei. Wie Lukario gesagt hat, ne? Haust du mal ab, du fetter Pimmel hier! Ich fange an mit Schimpfordnungen zu schmeißen. Weil mich das Ding früher frustriert. Das ist so noch nicht passiert. Oh mein Gott, das war knapp. Voll bekackt. So, machen wir erstmal Dixie hier. Die kann halt auch mit ihren schönen langen Haaren herangammeln und so. Jetzt kommt der Shit wieder. Da hätte ich lieber Dixie, äh, Digi-Musik eher sagen. Wir verwechseln die zwei übrigens immer noch miteinander. Ist, ist, ist cool, ne? Thanks! Du bist down. Okay, Leute. Drehe! Komm schon! Ich weiß, dass du es kannst. Haps! So. Haps! Und herrbar die zappen und runter hier und... Oh fuck! Das war ziemlich dumm. Das nehme ich mir selbst krumm. So, leider muss ich das jetzt mit Dixie machen. Na gut, hab ich bisher auch, ja. Und ich würde Leute sagen, an der Stelle, speichere ich hier. Also ich speichere hier nicht, aber ich beende hier den Part. Und speichern muss ich ja sowieso machen, weil ich bin... Obwohl, eigentlich könnte ich noch einen Part aufnehmen. Hm. Ja, warum nicht? Das ist eine gute Idee. Aber dann speichere ich trotzdem meistens, damit ich sicher sein kann, dass der Digi wird im Sitzen geschoben. Dixie! Gib dir mal ein bisschen Limit. So Leute, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich danke vielmals fürs Zuschauen an der Stelle. Ähm. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit den Fails. Und ansonsten unser übriges Modus. Macht's gut. Haut rein. Tschüssi Koski. Und... Tschüssi Koski. Tschüssi Koski. Tschüssi Koski. Tschüssi Koski. Tschüssi Koski. Tschüssi Koski.